Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. So, jetzt haben wir da direkt hergegangen wieder. Und ich habe redet schon von... Du redet schon von einem dicken Dschungel? Ja, ich komme so schnell wieder hin. Ey, oh! Das ist ein dicker Dschungel. Da bist du schon da. Aber wir stunnen. What? Easy. Ah, dieser Wegpunkt da. Wir sind auf der kalten Ebene. Nice. Okay, das ist nice. Eber zum Bogen kriegt. Nicht gewohlen. Schönen wir überhaupt auf Tart gehen oder zusammen? So. So. Was hast du denn da für ein Bogen? Willst du ihn auch? Ja. Also gut brauche ich gar nicht. Hm? Gut brauche ich gar nicht. Was machst du? Gut brauche ich gar nicht. So. Gut brauche ich gar nicht. Das war's, du bist schon. Das war's fürdmg. Ich bin auch 1-Hit jetzt. Schau, 1-Hit. Ich zahle dafür, glaube ich, mit meiner Lebensenergie. Na ja, du redest ja die ganze Zeit. 2-Hit. Aber da du den Buff ankriegst, finde ich den eigentlich ziemlich cool. Das ist gut. Machst du alles 1-Hit jetzt, gell? Mhm. Den magst du mal raus, oder? Zum Schluss die Minute von dem Buff. Wie schnell ich so einen Dicken jetzt hin habe. Aber kein Problem mehr. Er ist schon wieder. Du Hit, den dicken Django. Den Ding hast du hielt. Alter. Können wir auf Altrauben schwulen. Ich bin schon wieder full, he? Ja. 1,5 Schaden Aspekt. Gegen Untote hat das mehr Damage. Das ist ja gefühlt alles da. Alter. Alter. Hast du in die Defikationsrolle übrig? Ja. Alter. Danke. Ich muss jetzt den Zug latschen. Nein. Oh. Oh, halt. Da sind Speren. das feld der steine das ist da oh halt, braucht es eine Hitze? ich glaube, ich bin zufrieden 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 auf 1000 Beinen aber alles sind schnell was? ist er da verbrennt? warum sind die so schnell? oh mein Gott, noch Damage ey, das ist schlischer Schock hier oh mein Gott, oh mein Gott ich renne jetzt weg ich mache die lauer ah ich bin zufrieden 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 um Bonus zu erhalten ja moin, das kann man identifizieren identifizieren, Alter, warum sagen wir das immer so komisch? alles gut, mal weg aber leid, habe ich auch das ist aber schon nicht gut wie lange bleiben die Alters im Boden? keine Wohnung full mana ich kann es nicht noch mehr tragen ich kann es nicht noch mal nehmen, ich will es aber wissen hey, der Schild ist einmal broken du brauchst den mitnummern schau dir die geile Schild an das sieht man jetzt gar nicht so aber mein Ding ist schon wieder leer, Herr Mana es geht so schnell warte mal, die Nummer 4 das muss ich kurz noch mal durchlesen erhöht ein Schamding Schamlos 40 das ist es, das ist es wenn ich zahle für nichts das ist ja broken wir gucken zu den Fähigkeiten da eure Gruppe benötigt, Stufe 2 Ackerfähigheitspunkt 1 hey, das hat einfach das hat einfach keine Kosten, der Buff ich bin überladen ich bin überladen, Philipp ich bin überladen da hauen wir die Rotze weg ja mal auf sich, erinnert mit so einer Keule um und um ja, gehen wir kurz zurück schauen wir, ich kaufe mir jetzt einmal zwei Identifikationsrollen identifikation und kann jetzt diese gegenstände identifizieren versteht jetzt die wir da behalten berufs zu halten benötige stufe 8 für 1 bis 2 feuer schaden zu jetzt bin ja stufe 8 stufe 4 bringt mir das dann über was das im inventar zu haben gefühlt nicht das amule ist schon mal nice wo kann das dahin würden das bringt mir dann gar nichts und da habe ich stufe 5 plus 17 zu angriffswert das ist nice und das bin ich auch gleich aber ich kann da vorbei sind wir da das eine verbrauchte an slot zu einloggen geteilt na jetzt habe ich alles ausgetan was machen mit dem ganzen gut so und jetzt wird es ruck was müssen wir eigentlich genau finden die blutrabe baff auch die ganze map vermöbeln oben weinen sind immer mehr immer verschämt ha ha einfach mal looten wenn das mal feiert ne mhm älte sachen es ist aber for real ja als ob es weniger verteidigungen gibt ich kriege nicht immer so viele sachen ich kann die handschuhe dann leider mal anziehen damit kann ich jetzt noch nichts anfangen weil es nicht indifiziert ist moin identifiziert ich sag das auch immer vorher schon weil es mir nicht schön ausspringen alles alles zumal aus die map ist irgendwie einfach und irgendwie erschwert zugleich Lorde hat ihn aber gekillt. Komm her! Geh mal drüben. Knaller Elixier. Irgendein Atopas. Kann ich sohren. Andere Ausrüstung zu werfen. Cool. Alles klar. Brunnen. Er hat ihn aber ausgetrunken. Ich war schon groß. Ich kann schon wieder nichts tragen. Das ist ja aus Skyrim 2.0. Auch wenn du so eine schwere Rüstung hast, ziehst du zwei Teller so aufheben, wenn so ein Eventar ist voll. Neue Fähigkeit. Neue Fähigkeit. Neue Fähigkeit, dass ich ihn ertragen kann. Soll er erhöht den Widerstand eurer Gruppe machen? Gegen Feuer? Machen wir das einmal. Vielleicht kommt irgendwann ein Feuermonster. Dann können wir ja dran denken. Mhm. Dann habe ich es. F4. F1. F3. F4. F5. Irgendwann schieße ich da noch irgendwas ab und überall durch. Irgendwann der F1.0. Neue Werte. Ist ja klar was wir jetzt machen. Jetzt machen wir wieder mit. Oh Gott. Ich mache immer abwechselnd 5.0. Sie press that. Die sehe ich heute. Die würden wir anschauen. Hau das blöde Zepter mal weg. Aha. Ist auch nicht so stark. Aber actually. Nein, das ist für real nicht stark. Was ist ein Nerven-Buff? Was ist ein Nerven-Buff? Ach so oft müsste sie brutal sein. Hm. Hm. Das hat man früher ziemlich sicher nicht möglich ersprungen. Yeah. Äh, geistige Kräfte erholen sich schnell. Aha. Hey, yo. Du kannst mir ja kurz zurückbarten. Siege ich gerade. Bro. Ja, moin. Oder Buch lesen oder so. So. Warten wir mal zurück. Ich mache einen One-Hit. Ich mache den Rack. Wo ist der Rack? Wo ist der Boutraack? Oh Mann. Ach so. So. Wie groß ist. Wie ist der Rack? Ihr Racken da? Oder ist der Racken oder? Wie groß ist denn? doch schaut es so aus, aber da waren wir ja auch schon warte mal, was ist das? ich habe da was angefunden, was ist das? diese Höhle da, zur Grotte glaubst du da eine? und da geht es weiter neben der Höhle, wenn man es genau nimmt ich bin jetzt beim Friedhof ich bin richtig oh mein Gott alles klappen, komm weg easy, alle nach der Reihe, alle anstellen bitte, immer nach der Reihe eine nach dem anderen, es kommen alle dran er da hinten, er ist ein bisschen verbeilt einen ganzen Kollegen, so ein riesiger Knochenhaufen, er kommt ja um die Ecke ok, schon wieder 1000 Items kriegt aha, Stiefel sind besser schlechter glaube ich ja perfekt so ein Bruder ist wieder so 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 dem Ganzen gut macht. Irgendwie. Ich weiß, ob wir da durchgepasst hätten. Hey, ich hab mal einen Blutrabe. Das ist der Blutrabe! Rein, weg! Ich mach mal den... dem Viecher. Die Ätz. Alter, ich bin slow. Alter, ich bin dringend dran dran, gell. Kommt rein. Ich mach jetzt auch mehr Damage, oder? Das ist Feuerresistenz. Es ist mehr Damage. Ah, viel. Halb wieder rein. Ich hab wieder Wischen gefühlt, oder? Hab ich immer gestockt. Wir sind uns richtig. Aber jetzt Wischen wieder. Was? Wohin nur Damage? Wie war das denn? Wohin nur Damage, oder? Okay, der Heal war schon mal nice. Kannst du nicht bleiben, oder? Ah? Kannst du nicht bleiben? Ich hab ihn kaputt machen müssen. Oh mein Gott. Der hat auch wieder so'n Dämon in sich kommt, oder was? Aber was hast du gemacht? Ob du mich auch healen kannst? Ob du mich auch healen kannst? Ja sicher, das siehst du. Hast du den Buff? Ein lebensreich Buff? Ja. Ah. Falt muss zwei. Gute Waffen. Gute Waffen. Ich segne das Kutschwert. Kann ich nicht verwenden. Weil? Warum, oder? Da steht... Aber kann ich nicht verwenden. Aber dafür kann ich jetzt meine Fähigkeiten nicht mehr verwenden. Warum? Es gibt eins und zwei. Wie tut man Waffen switchen? Nein. Ja, aber da steht... Gesehenes Kutschwert Schaden habe ich. Halbbarkeit ist null. Ah, ist kaputt. Aber das ist nice, actually. Ist schon wieder kaputt. Ah, ist kaputt, ja. Ich bin gerade am ersten Reparieren. Okay. Ätherisch steht da Reparatur nicht möglich. Null. Ja, gut. Bei Waffen tauschen ist weh anscheinend. Ah. Ah, ich sehe. Brauche ich aber noch nicht. Kasch, ja. So muss man zurückkehren. Sieht auf die Lohnung. Aber ich würde da auf jeden Fall noch einmal umschauen. Da kann man reingehen? Nein, das will ich einfach was dazu. Gut, sei ich schon. Gut, sei ich schon. Dann kann ich wieder rausgehen. Was? Am Holz zerstören. Sag. Ja, moin. Hey, da steht er noch. Hier bin ich draußen. Das ist ja nicht groß. Das ist ja für Auster, oder? Oh nein, oh nein. Hier, da hat Skelettflieger. Wait a minute. Da gehen wir gleich raus, wie ganz schnell. Aber ich glaube ich muss die vermöbeln. Oder? Muss ich das? Nein, muss ich auch nicht. Nein, das ist schwierig. Da ist noch mehr drin. Es hat zuerst der Klaus geschaut. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Ablaut 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Servus.